Bist du bereit für deine erste Neujahrsparty, Caillou? Aber ja! Caillou, hier drüben! Geh schon, Caillou, viel Spaß! Da bist du ja endlich, Caillou! Die haben hier drinnen einen Springbrunnen! Wow! Wünschen wir uns was mit den Centstücken? Was wäre wohl ein guter Wunsch? Ich wünsche mir mein eigenes Baumhaus! Ich wünsche mir, den Weltrekord für die größte Kaugummi-Blase auf der Welt zu brechen! Ich wünsche mir, wir wären alle bis zum Feuerwerk um Mitternacht wach! Oh, ein super Wunsch, Caillou! Ich weiß nicht! Es ist noch lang hin bis Mitternacht! Komm schon, Leo! Wir schaffen das! Zusammen schaffen wir das ganz bestimmt! Los, Team Feuerwerk! Los geht's, tanzen! Tanzen hält uns bestimmt wach! Das war toll! Aber mein Plan hat nicht gekloppt! Ich bin jetzt müde als vor dem Tanzen! Wisst ihr, was mir immer zu viel Energie gibt? Was? Nun, es schmeckt lecker! Und ich darf es nur essen, wenn ich auch mein Gemüse gegessen habe! Und da ist ein ganzer Tisch voll damit! Nachtisch! Aber Papa sagt, ich soll so spät keinen Zucker essen! Psst! Es ist ein ganz besonderer Tag! Psst! Spielen wir Verstecken! Du bist's! Oh! 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 Bereit oder nicht? Ich komme! Oh! 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 Wie ihr ja wisst, haben wir jährlich eine Aufführung, um die Feiertage einzuleiten. Dies Jahr wollen wir etwas über verschiedene Feiertagstraditionen lernen in einer Show. Aber wir kennen doch alle Weihnachten. Ja, Caillou, aber nicht jeder feiert Weihnachten. Es gibt viele andere Feiertage, wie Hanukkah und Kwanza. Lest euch dieses Drehbuch zu Hause mit euren Eltern durch. Hanukkah ist Teil der Aufführung. Wow! Hanukkah? Hat Frau Martin vorhin davon gesprochen? Ja, guck, das hier ist der Davidstern, ein Symbol des Judentums. Hanukkah wird um die Zeit von Weihnachten gefeiert. Aber wir bekommen an acht Tagen, anstatt nur an einem Tag Geschenke. Oh! Achtmal Geschenke? Wow! Papa, Papa, Weihnachten sind nicht die einzigen Feiertage. Wir haben eine Schulaufführung darüber. Haha, wie aufregend. Es gibt noch so viele andere Feiertage auf der Welt. Hey, lernen wir doch alle etwas darüber und üben für die Aufführung. Ja! Am ersten Tag von Hanukkah zünden Juden eine Kerze an. Und jeden Tag kommt eine dazu, bis es acht sind. Nachdem die Juden ihren König besiegt hatten, gab es gerade genug Öl, um die Menorah eine Nacht leuchten zu lassen. Doch sie brannte ganze acht Nächtelein. Acht Nächte? Wie? Das war ein Wunder. Deshalb nennen wir ja Hanukkah auch manchmal das Lichterfest. Papa, können wir achtmal Geschenke bekommen? Weißt du, Caillou, es geht dabei nicht nur um Geschenke. Was all diese Feiertage gemeinsam haben, ist, dass sie Dinge wie Liebe und Güte feiern und mit Freunden und Familie zusammen zu sein. Doch Geschenke sind auch toll. Okay, alle zusammen. Wir sind soweit. Seid nicht nervös. Tut euer Bestes. Und vor allem, habt Spaß! Quanzer gibt es seit 1966, um die erste Ernte der Saison zu zelebrieren und wird von Menschen mit afrikanischer Herkunft gefeiert. Wir singen und tanzen und beschenken uns und zünden unsere Kinara-Kerzen an. Das Dong-Chi-Fest wird am kürzesten Tag des Jahres gefeiert. Jeder Tag danach ist länger und bringt der Welt noch mehr positive Energie. Oh, und wir essen einen besonderen Nachtisch aus Reis. Der nennt sich Tong Yuan. Lecker! An Hanukkah zünden wir jede Nacht eine Kerze an und beschenken einander. Und wir singen und spielen mit alten Spielen wie Dreideln. An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesus. Wir beschenken uns und sind dankbar für unsere Freunde und Familie. All diese Feiertage bringen Menschen zusammen. Freunde, Familie und jene, die Hilfe brauchen. Und obwohl wir nicht alle die gleichen Feiertage feiern, so haben wir dennoch alle viele Dinge gemeinsam. Es geht bei allen Feiertagen um Güte und Liebe und Freundschaft und Geschenke! Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da drauf ist es rutschig. Sei vorsichtig, okay? Ich will nicht, dass du hinfällst und dir wehtust. Rosi, halt dich gut am Pinguin fest, okay? Willst du wirklich nicht auch einen Pinguin, Caillou? Nein, danke, Mama. Ich will das ganz allein lernen. Okay, sei vorsichtig. Autsch. Autsch. Mama, Hilfe! Probier's doch mal mit dem Pinguin, Caillou, nur zum Anfangen. Es ist okay, Hilfe zu brauchen. Aha. 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 Ich denke, ich brauche etwas Hilfe. Nun gut. Bist du bereit, die Bande loszulassen? Das machst du toll, Caillou. Jetzt mal nur mit dem Pinguin. Bereit? Bereit? Bereit. Guck, Mama. Ich schaffe es. Das stimmt. Du schaffst es, Caillou. Das ist fantastisch. Ich schaffst es. Caillou, zum. Penguin, Spaß. Ja. Halt, ich kann es jetzt. Mama, guck mal her. Wow, Caillou, das macht so toll. Sehr gut. Mir wird kalt. Wie wäre es mit heißer Schokolade? Ja, Schoki. Wow, ein Schneemannspiel. Spielen wir, Papa, bitte. Okay, Caillou, machen wir. Hallo, darf ich spielen? Nun gut, Caillou. Mal sehen, wie viele Schneemänner umfallen. Das nächste Mal, Caillou. Jetzt ist Rosi dran. Letzter Schneeball, Caillou. Du schaffst das schon. Das war es, Rosi. Schneemann, Platsch. Okay, Caillou, lass uns links abbiegen und zurück nach Hause fahren. Machen wir. Hey, Papa, herabrennen. Vorsichtig, Caillou. Dort wird es etwas uneben. Was? Caillou, caillou. Caillou. Wir machen eine Röntgenaufnahme von deinem Arm, okay? Nun, Caillou, dein Arm ist leider gebrochen. Wir müssen ihn für sechs Wochen eingipsen. Sechs Wochen? Nun, ich wickele ein paar Lagen zum Polstern um deinen Arm, damit dir der Gips dann später nicht weh tut. Jetzt halt bitte sehr still, bis es getrocknet ist, okay, Caillou? Ansonsten klappt's nicht. Das ist so schwer. Und seltsam. Es wird sich für ein paar Tage seltsam anfühlen. Aber ich fürchte, das ist das Einzige, was deinem Arm helfen wird. Das ist das Einzige, 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 das ist das ein Ahhhh! Hi Caillou, wir haben von dem Sturz gehört und sind hier um dich abzulenken. Ja, Caillou, guck dir mal den coolen Kram an. Hier sind Filzstifte, Glitzer, Buntstifte und noch mehr. Wow! Dankeschön! Kommt rein! Wer will als Erster? Oh, ich will! Wow! Mir geht's schon viel besser, so gut wie der Gips aussieht! Danke! Ich wünschte, ich hätte einen Gips! Hahahaha! 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 Gleich da drüben, Caillou. Neben den anderen. Hahahaha! Danke, dass du mir ein Fort baust, Papa! Das wird das Beste überhaupt! Schon okay, Caillou. Als ich in deinem Alter war, hat mir mein Papa auch ein Fort gebaut. Nun dann! Werkzeug, Nägel, Werkbank, ich glaube, wir haben alles. Wo sollen wir es aufbauen, Caillou? Hm, da ist viel Schlamm! Hm. Hm. Dort sind zu viele Käfer! Määä! Määä! Dort ist dunkel! Waaaah! Oh! vulnerable Wie wäre es hier? Määääääää… Sehr gute Idee! Haaaa! Juhu! Hier Caillou. Nimm dieses Ende. Okay. Zieh es nun so lange, bis ich stoppe. sage. Ja, Sir, Papa, Sir. Und Stopp. Hier, Caillou. Vorsichtig. Heute müssen wir mit allen Sachen vorsichtig sein. Okay, Papa. Alles gut, Caillou. Wir bauen das fort bestimmt schnell. Puh. Das war echt super Temo, Caillou. Puh. Fort Caillou. Ich lieb es. Danke, Papa. Was ist los, Caillou? Mama, kann ich heute im Fortschlafen? Haha, nicht allein. Doch vielleicht will Papa mit dir draußen campen. Oh, können wir bitte? Okay, Caillou. Wir sind jetzt soweit, Caillou. Brauchst du noch irgendwas? Over. Nein, danke, Papa. Over. Alles klar, Caillou. Schlaf gut. Over. Haha, gute Nacht. Ohhhh, Papa. 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 Das ist wie vor Gott. Um, wie war ich. Um, was du vorst. Lass zu Hause. Ohhhh, was du vorst. Lass uns das, was du vorst. Und zwar wof. Ohhhh... Papa! Papa! Oh, super. Gilbert, du hast mich erschreckt. Autsch, das juckt ja. Wo kommt das denn her? Guten Morgen, Caillou. Oh, du bist ja wach. Wir wollen Oma besuchen. Mama, schau mal. Was ist das? Hm, das ist ein Ausschlag, Caillou. Ein Ausschlag? Oh nein, warum hab ich den denn? Ich weiß nicht, Caillou. Aber wir müssen es herausfinden, bevor wir zu Oma gehen. Warum? Nun, wenn wir nicht wissen, warum du den Ausschlag hast, dann könnte Oma ihn möglicherweise auch bekommen. Das wollen wir nicht. Okay. Mal sehen. Was könntest du gestern getan haben, das dir einen Ausschlag gegeben haben könnte? Weißt du noch, was du gemacht hast? Hm. Ja, Papa und ich waren im Park. Papa, kann ich eine Limo haben? Mhm. Wir haben Limo gekauft. Entschuldigung. Ups. Die war echt lecker. Ah. Oh. Dann hab ich sie verschüttet. Hm. War es vielleicht die Limonade? Das glaube ich nicht, Caillou. Du hast schon viele Limos getrunken. Was habt ihr danach gemacht? Hm. Haha. Hallo, du Hund, du. Ich hab einen lieben Hund kennengelernt, der mich abgeleckt hat. Hihihi. Pff. Mama, vielleicht war es der Hund? Hm. Deinem Gesicht geht's doch gut. Denk weiter. Wohin bist du dann? Ich habe mit Teddy gespielt. Wir hatten viel Spaß. Bereit zum Abflug, Captain Teddy? Dann landete Teddy im Gebüsch. Es ging ihm aber gut und ich rettete ihn. Und mit ihm in meinem T-Shirt sind wir nach Hause geflogen. Oh, Caillou. Vielleicht ist Teddy im Giftefol gelandet und der ist dann auf deinen Bauch gekommen. Giftig? Oh nein! Alles gut. Das ist ja nur der Name der Pflanze. Dir geht's gut. Mit einem warmen Bad geht es dir gleich viel besser. Pssst. Na gut, Caillou. Wir müssen los. Und da ist Teddy. So gut wie neu. Können wir jetzt zu Oma fahren? Ich bin gesund. Ich glaube nicht, Caillou. Warum? Nun, du kannst nicht im Bademantel los. Bei mir, Caillou. Was? Wow! Ich mag den Jahrmarkt. Das ist der beste Ort der Welt. Warte kurz, Caillou. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Wir bleiben alle beieinander. Okay, Mama. Oh, seht. Dort ist eine Wurfbude. Lasst uns dort mal hin. Wurfbude? Vielleicht wisst ihr, warum meine Freunde in der Schule mich immer Folgendes genannt haben. Boris, der Kokosnusszerstörer. Ups. Oh, jetzt ich. Getroffen. Getroffen. Sehr gut, Caillou. Du kriegst einen Preis. Was möchtest du haben? Die sieht aus wie Gilbert. Kann ich dir bitte haben, Mama? Die ist für dich. Nun, ich glaube nicht, dass ich es auch so gut wie du kann. Das war wirklich professionell. Die Zuckerwatte sieht super aus. Soll ich kurz auf dein Spielzeug aufpassen, Caillou? Caillou? Wow. Kann ich Zuckerwatte haben, Mama? Mama? Oh nein. Ich habe sie verloren. Mama! Ich kann gar nicht sehen. Ich brauche eine bessere Sicht. Aha. Nicht gut. Noch nicht hoch genug. Oder? Aha. Caillou? Mama! Caillou! Mama! Papa! Oh! Oh! Gehen wir zum Riesenrad. Vielleicht sehen wir von dort oben, wo Caillou abgeblieben ist. Hm. Ich kann ihn nirgends sehen. Ich kann sie nirgends sehen. Ich kann sie nirgends sehen. Dort! Ich sehe ihn. Er geht in das Spiegelkabinett. Mama! Papa! Caillou! Caillou! Bist du hier drin? Mama! Mama! Caillou! Da bist du ja endlich. Wo warst du nur? Tut mir so leid, Mama. Ich wollte mich nicht verirren. Ich habe die Zuckerwatte gesinnt und dann warst du weg. Schon okay, Caillou. Wir haben dich gefunden. Lauf nicht wieder alleine weg. Das ist gefährlich. Und wenn du verloren gehst, such nach einem Ansprechpartner wie einen Polizisten. Okay? Ich verspreche das niemals wieder zu tun. Ich glaube, wir hatten genug Rummelplatzaufregung für heute. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Ähm. Weiß irgendjemand, wo der Ausgang ist? Oh, wo gehen wir hin? Ich weiß! Suchen wir einen Polizisten. Oder, Mama? Hey! Brokkoli! Ekelig! Komm schon, Caillou. Brokkoli ist gut für dich. Ich will kein Brokkoli. Wenn du dein Gemüse nicht isst, Caillou, dann bekommst du auch kein Eis. Eiscreme! Hör auf, Rosi! Ich will kein Brokkoli! Schluss jetzt, Caillou. Auf dein Zimmer. Kein Nachtisch. Hausarrest. Nein! Caillou? Sonic? Brokkoli ist eklig, Teddy. Ich hasse ihn. Ich will ihn absolut nie wieder isst. Oh, hallo. Hallo. Kann Caillou rauskommen zum Spiel? Leider nein, Leo. Caillou darf heute nicht nach draußen. Er war sehr frech und hat jetzt Hausarrest. Oh, Caillou! Sonic! Okay, dann sehen wir ihn ein andermal. Psst! Leo! Clementine! Wartet! Ich komm gleich! Nein, Caillou! Du bekommst Ärger! Hey, Hebert! Guck! Hier ein Lettoli! Hi, Hebert! Pew! Eier! Hey! Pew! Pew! Psst! Manni! Kinderzimmer. Caillou! Shhh! Caillou, was machst du denn da? Caillou, ich spreche mit dir. Was glaubst du, was du da machst? Ich, ich will meine Freunde sehen. Hausarrest, Caillou, du warst vorhin wirklich viel zu frech. Ich weiß, aber... Kein aber, Caillou, du solltest dich nicht einfach so hinausschleichen. Was, wenn du dich noch verletzt oder sogar ohne uns verloren gehst? Ich, ich... Tut mir leid, ich darf heute nicht raus, weil ich vorhin so umgezogen war. Okay, Caillou. Wir sehen dich ein andermal. Tut mir leid, ich wollte nicht so zornig sein. Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Caillou, zornig. Schon okay, Caillou. Danke für deine Entschuldigung. Ich gehe dann in mein Zimmer. Kann ich erst mein Eis haben? Klar. Ah. Wenn dein Brokkoli gegessen ist. Hm. Oh. Papa, Cook, Hot Dogs. Krieg ich eine? Bitte, bitte. Na klar, Caillou. Guten Tag. Wie viele Hot Dogs brauchen wir, Caillou? Eins, zwei, drei, vier. Vier, bitte. Kein Problem. Und kommt sofort. Kommt sofort. Okay, möchtest du soßen? Oh, oh. Darf ich bitte? Bitte. Na klar. Habt viel Spaß. Den Cent für mich bitte, Caillou. Ich nehme Ketchup. Oh. Ketchup. Okay, den Cent für Mama. Ketchup für Rosi. Ich will Ketchup und den Cent. Und Ketchup für Papa. Sehr gut, Caillou. Das hast du toll gemacht. Danke. Danke. Ups. Vorsicht, Caillou. Ich nehme Ketchup und den Cent. Entschuldigung, das war scharfe Soße. Oh, Caillou, sei bitte aufmerksam. Das ist ein Hotdog. Das ist ein Hotdog, das ist ein Hotdog. Guck, Papa, der Ballon sieht wie Gilbert aus. Das stimmt, Caillou. Er sieht ihm ähnlich. Miau! Papa, Papa! Was ist denn, Caillou? Der sieht aus wie von der Parade. Kann ich den haben? Bitte! Miau! Okay. Das war die beste Parade der Welt. Stimmt's, Rosi? Adel! Ich freue mich, Gilbert den Ballon zu zeigen. Oh, Caillou! Sei bitte aufmerksam! Scheiss! Ah, getroffen, Hilfs-Sheriff Teddy. Sheriff Caillou, wir müssen schnell los. Leo, der Bandit, überfällt einen Zug. Ein Zugüberfall? Nicht auf unserem Land. Wir sind noch nicht fertig, Hilfs-Sheriff Teddy. Wieso Frontzug stehlen, wenn ich den ganzen Zug haben kann? Das ist zu einfach. Was probiert Leo denn vom Zug zu stehlen? Der Zug ist voll mit... Der Zug ist voll mit Gold. Das macht nichts. Wir stoppen ihn. Ja! Hier! Ich klettere auf den Zugwaggon! Der Sheriff! Clem! Du musst den Zug stoppen! Ich hole mir Leo! So, 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 so! Wenn das nicht der Sheriff ist, hast du auch ein Ticket für den Zug? Hallo! Ich hoffe, du weißt, wie man den Zug stoppt! Ich hole dich um, durch die Hände zu trinken. So, so, jetzt muss das noch sein! Ach so, was du probierst! Ach so, was du auch mit den Zug so learners auch irgendwo hin und sie merken? Ach so, was du bist. Du bist. Ach so, was du bist! Hef! Hab dich! Zug! Tüftüft! Rosi! Nein! Die Brücke! Oh oh! Oh oh! Die Brücke ist zerstört! Wir müssen den Zug verlassen! Wie? So wie ich auch rein bin! Weder ich noch sonst einer mit das Goldhahn! Und nun... Haft! Huh? Huh? Haha! Nein! Huh? Brauchst du ein wenig Hilfe, mein Sheriff? Ich komm bald raus, Sheriff. Wirst du sehen. Nun, wenn das stimmt, ich und Hilfsherriff Clementine werden dich wieder stoppen. Und hin, Sheriff Teddy, auch.